ja wir können gerne für sie ihr haus um modellieren oder neu bauen oder remodellieren basieren auf eine erfahrung von 1975 bis heute die erste erfahrung von uns war in düsseldorf in weserer straße 35 und soviertel und zwar exakt 1976 die weitere erfahrungen sind da und sie können davon ausgehen dass wir für sie einige sachen als besonderheiten anbieten eine sache ist skylight das heißt ein oberlicht mit einem lichtum im durchmesser bis drei oder fünf meter je nach möglichkeiten und dann der jackett ein haus mit außenwände und decken zweifache ausführung dann in geothermie ein sogenannter schwingungsfrei fenster und lichtachsen optimierung das sind besonderheiten wenn sie häuser haben die in düsseldorf unterlagen sind aber wir reden von häuser ab eine million aufwärts wir wären bereit diese entwicklung zu machen und wir könnten auch diese entwicklung so machen dass wir selber investieren und wenn diese sache fertig ist wenn verkauft werden soll verkaufen und dann unseren anteil nehmen und ihre anteil vorteil wäre dass wenn sie zum beispiel ein haus hätten für eine million wir investieren halbe million und wir verkaufen diese für sagen wir für zwei millionen diese halbe million gewinn ist für beide seiten nicht da wenn wir nicht investieren und investieren ist von unserer seite wir laden sie ein zu einem besuch unseres homepage ist unter www.primary paula richard idamarta antron richard y-investment.com sie können auch diese sachen sehen in kaleido.de unter häuser in kaiserswert wir bauen jetzt doppelhaushäfte mit bachlauf mit details die sie daraus entnehmen können in keterbachstraße 61 bis 67 und ich hoffe dann sehr dass sie diese homepage besuchen und daraus entnehmen was und wie für sie interessant ist ich danke sehr und ich hoffe dass sie für die weitere fragen und die effekte die daraus entstehen und speziell auch nullenergiehäuser sich an uns wenden telefon ist düsseldorf 0211 dreimal die 500 oder 0160 344 90 45 primary investment international gmbh herzlichen dank